Jo, YouTube, was geht ab? Mein Name ist Charisma und ich wünsche euch heute natürlich frohe Weihnachten, von ganzem Herzen natürlich. Ich bin gleich auch natürlich unten, schön am Weihnachten feiern. Ich wollte noch dieses kurze Video bringen, um euch halt, naja, alles Gute zu wünschen. Heute ist Weihnachten. Gestern wurde mein Kanal zwei Jahre alt, ja, am 23.12.2013 wurde dieser Kanal gegründet. Auch eine ziemlich lange Zeit, auf jeden Fall. Und in einer Woche hat der Boy auch Geburtstag, da ist der 19. Ja, Silvester wird doppelt geknallt. Ziemlich viel passiert in dieser Woche und, naja, das war auch schon alles. Frohe Weihnachten. Bitte macht jetzt YouTube aus und genießt den Abend noch mit eurer Familie, weil das ist viel mehr wert als so ein läppisches YouTube-Video. Und in nächster Zeit wird auch sich etwas ganz Großes verändern auf diesem Kanal, etwas ganz, ganz Großes. Äh, das wird sich aber im nächsten Video klären, was ich dann noch bringen werde. Aber bis dahin, tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Frohe Weihnachten noch.